Das erstaunliche Ergebnis, während im Früh- und Hochmittelalter ein stabiles Warnesklima herrschte, beginnt die Temperaturkurve nun verrückt zu spiegelen und die Jahresdurchschnittstemperatur sinkt ab Mitte des 30. Jahrhunderts. Aber die Forscher machen eine weitere unglaubliche Entgleichheit. Alles weiß darauf nicht, dass sich irgendwo auf dem Planeten eine Kapastrophe von Ungeheuer und Ausmaß vereint. Ein Vulkanausbruch schleuderte tausende Tonnen Asche in der Atmosphäre. Eine ungeheuere Eruption, gewaltiger als der Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883. Die Asche verfinsterte den Himmel und beeinflusste weltweit das Klima. Mit dramatischen Folgen auch für das Mittelalterliche Europa. Ganz Frankreich gilt am Versorgungsgerissen. Besonders aber hat es. Die Bericht gefunden.